Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBB-TV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuglauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD So wie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Copyright Untertitelung. BR 2018